Die Wienerburger haben einen richtig guten Start erwischt. Musteraufschlag hinterher, diesmal mit richtig Wucht. Wieder der Overpass. Breilin hat Glück, dass der Ball im Feld runterkommen würde. Und dann ist der Block davor, also Jakob Hütter und Marc Kuh als Verbund. Und die Aktionen sind jetzt wichtig, sich über so Punkte dann wieder hochzuziehen. Stimmung aufs Feldkrieg, starke Aktion von Niklas Breilin. Steht da genau richtig, kriegt den Ball ab. Simon Ho, erster Punkt. Er rischt da einmal nichts leiden. Langer Bodenhoden, Kontakt. Boah, starke Annahme. Rauke, kein perfekter Pass. Und dann wieder Block out, also gerade in den Spielsituationen löst Lüneburg das immer, immer wieder hervorragend. Der Versuch über Kopfpipe zu spielen. So, aber der zweite ist es dann. Kein großes Problem. Gut verteidigt. Und ein guter Pass von Diagon. Und auch der Gage spielt zu. Und der ist klasse gemacht. Also, sowohl die Defense von Michael Wright als auch Gage Wesley, wie er den da noch im Flug in Richtung 2 zuspielt. Ich glaube, da können wir vielleicht sogar mal auf den Highlight warten. Die Stimme ist schon nicht gezogen. Ich hätte es gern gesehen. Da war ich mir nicht so sicher. Boah, das ist ein mächtiger Block. Also, hat Simon Torbidig gehört, war diesmal aktiver und hat schön die Hände rüber geschoben. Dann haben wir auch wieder ein bisschen weg vom Netz, dadurch. Muss über außen gehen. Und dann ist der Block davor. Also, Jakob Günther macht zu. Espeland haut einmal voll rein. Führung für die Grizzlies und die Halle ist da. Und probiert es. Starker Aufschlag. Slide wirft den rein. Unkonventionell. Grinst sich einen ab. Aber auch das gibt einen Punkt. Also, wohl der erste Touch, den man nicht unbedingt nehmen muss. Weil der Ball langsam genug ist, um verteidigt werden zu können. Also, schöner Pipe. Da auch wieder nächstes Break obendrauf. Wieder den Abstand verkürzen können. Boah, Breilin ist da, verteidigt den gut. Trotzdem keine Chance wirklich anzugreifen. Nächster Mitte, wieder ist die Defense da. Ja, also. Und auch der... Es wird nur noch Mitte gespielt jetzt. Versuch Nummer 4. Nein. Und dann ist nämlich der Block davor. Also, Jory Menther und Noah Wachsbrüller dürfen zusammen. Ja, dann ist es nämlich Noah, der da Ball um Ball entschärfen kann in der Mitte. Und Jory Menther, der sich am Ende den Killblock einsammeln darf, um wirklich wieder ranzukommen. Boah, schöner Hit auch da. Also, Szener Kaczynski macht ein richtig, richtig gutes Spiel. Ja. Man sieht auch wieder, Annahme war gut. Schneller passt über Kopf. Und dann... Boah, wollen beide hin. Und dann ist es aber Joshua Kunzmann. Boah. Nächstes Brett im Aufschlag. Kehrt irgendwie durch die Deckenstreben durch. Aber gut gemacht. Und auch da schwierig. Nächste Defense. Kaczynski hält ihn am Leben. Jetzt muss Wright angreifen. Boah. Absoluter Highlight-Rallye, die die Lüneburger holen. Feiern sich vollkommen zurecht. Wahnsinn. Beiden Seiten eigentlich gute Aktionen. Erstmal der Aufschlag natürlich super stark. Aber gut das Tiespiel noch ans Netz geschoben. Das ist eine Mörder Defense. Und dann ist es eine halbe Eigensicherung da von Wright. Nachdem er den Ball in den Block schlägt. Also. Aber zumindest seit geraumer Zeit. Seit dem ersten Spieltag nämlich. Also, Block ist da. Ja. Erzeugt zumindest mal ein bisschen Trouble bei Gage. Espeland haut oben auf die Hände. Chance ist da. Einmal gesichert. Nächster Anlauf. Wieder Rura. Auch der ist lang in der Luft. Und Theo Moos. Auch da. Einmal schön recycelt. Jetzt neu aufgebaut. Und dann bringt Kaczynski den durch. Und dann ist es ein Monsterblock. Im 1 gegen 1 Duell. Holt Espeland sich. Den Punkt. Darf sich nochmal feiern lassen. War sein Abschluss hier auch. Ja, also 25 zu 18 geht dann Satz 4 aus. Lüneburg holt drei Punkte hier in Hildesheim. Barprej. Ja, alsoidet bis zum Hildesheim.